Bei Betrachtung von Schillers Schädel Im ernsten Beinhaus war's, Wo ich beschaute, Wie Schädel Schädeln angeordnet paßten, Die alte Zeit, gedacht ich, die ergraute. Sie stehen in Reih geklemmt, die sonst sich hassten, Und derbe Knochen, die sich tödlich schlugen, Sie liegen kreuzweis, zahm all hier zu rasten. Entringte Schulterblätter, was sie trugen, fragt niemand mehr, Und zierlich tät'ge Glieder, die Hand der Fuß zerstreut aus Lebensfugen. Ihr müden, also lagt vergebens nieder, Nicht ruh im Grabe ließ man euch, Vertrieben seid ihr herauf zum lichten Tage wieder, Und niemand kann die dürre Schale lieben, Welch herrlich edlen Kern sie auch bewahrte. Doch mir Adepten war die Schrift geschrieben, Die heilgen Sinn nicht jedem offenbarte, Als ich inmitten solcher Sternmenge Unschätzbar herrlich ein Gebild gewahrte, Daß in des Raumes moderkelt und enge Ich frei und wärme fühlend mich erquickte, Als ob ein Lebensquell dem Tod entspränge. Wie mich geheimnisvoll die Form entzückte, Die gottgedachte Spur, die sich erhalten, Ein Blick, der mich an jenes Meer entrückte, Das flutenströmt gesteigerte Gestalten. Geheimgefäß, Orakelsprüche spendend, Wie bin ich wert, dich in der Hand zu halten, Dich höchsten Schatz aus Moder fromm entwendend, Und in die freie Luft zu freiem Sinnen, zum Sonnenlicht andächtig hin mich wendend. Was kann der Mensch im Leben mehr gewinnen, Als daß sich Gott Natur ihm offenbare, Wie sie das Feste läßt zu Geist verrinnen, Wie sie das Geisterzeugte fest bewahre. Im ernsten Beinhaus war's, wo ich beschaute, Wie Schädelschädeln angeordnet passten, Die alte Zeit gedachte ich, die er graute. Es war alles anders. Schillers Schädel, der sich zu unserer Zeit auch noch als Fälschung herausstellte, Wurde Goethe zwanzig Jahre nach Schillers Tod überbracht und nicht von ihm unter anderem Im Beinhaus gelagerten Schädeln ausgemacht. Aber Goethe weiß, wie es in einem Beinhaus aussieht, Wo man seinerzeit die Knochen aufbewahrte, Die man beim Ausheben neuer Gräber zutage forderte, Und kann dazu treffliche Betrachtungen anstellen. Sie stehen in Reih geklemmt, die sonst sich hassten, Und derbe Knochen, die sich tödlich schlugen, Sie liegen kreuzweiß zahm, all hier zu rasten. Der Tod macht nicht nur alle gleich, Was sich in der feinsäuberlichen Sortierung nach Knochenart ausdrückt, Deswegen alle Schäde beieinander. Er nimmt auch allen Konflikten, die die Lebenden unter sich austrugen, den Sinn. Enträngte Schulterblätter, was sie trugen, fragt niemand mehr, Und zierlich tätige Glieder, die Hand der Fuß zerstreut aus Lebensfugen. Knochen, nichts als Knochen, nicht nur ihrer Belebung durch Fleisch und Geist beraubt, Sondern auch ihres Zusammenhangs im jeweiligen Skelett. Ihr müden, also lagt vergebens nieder, nicht Ruh im Grabe ließ man euch vertrieben, Seid ihr herauf zum lichten Tage wieder, und niemand kann die Dürre Schale lieben, Welch herrlich edlen Kern sie auch bewahrte. Es bleibt allerdings unausgesprochen, warum niemand die Dürre Schale lieben kann. Weil man nur den lebenden Menschen lieben kann, sei es wenigstens in der Erinnerung, Oder weil es niemanden mehr gibt, der weiß, zu wem die Dürre Schale gehörte. Doch mir Adepten war die Schrift geschrieben, die heilgen Sinn nicht jedem offenbarte. Als Adepten, ein Kundiger der Wissenschaft sieht sich Goethe, und damit als jemand, Der aus der Betrachtung von Schädeln mehr Erkenntnis gewinnt als ein gewöhnlicher Mensch. Schade, daß es der falsche Schädel war. Als ich inmitten solcher starren Menge unschätzbar herrlich ein Gewild gewahrte, Daß in des Raumes, moderkelt und enge, ich frei und wärme fühlend mich erquickte, Als ob ein Lebensquell dem Tod entspringe. Er habe, so erzählt er entgegen dem tatsächlichen Vorgang, den Schädel inmitten anderer ausgemacht, Als wenn der Schädel sich aufgrund des einstmals in ihm wohnenden Geistschillers Auf sich aufmerksam machen konnte. Wie mich geheimnisvoll die Form entzückte, die gottgedachte Spur, die sich erhalte. Tatsächlich, die göttlich eingegebene Genialität Schillers erkennt Goethe noch im Schädel wieder. Ein Blick, der mich an jenes Meer entrückte, das flutend strömt gesteigerte Gestalten. Was meint er damit? Ist es eine Erinnerung an ein Meer des Geistes, Daß er gewissermaßen gemeinsam mit Schiller bereiste? Dann wären es vielleicht Gedankengebilde, die hier Gestalten genannt werden, Und die durch den Austausch mit Schiller fluten, strömen und sich steigern. Geheimgefäß, Orakelsprüche spendend! Orakelsprüche sind ja solche, die sich aus tiefer geistiger Versenkung und Erkenntnis ergeben hatten. Wie bin ich wert, dich in der Hand zu halten, Dich höchsten Schatz aus Moder fromm entwendend, Und in die freie Luft zu freiem Sinnen, Zum Sonnenlicht andächtig hin mich wendend! Nun wird es selbstreflexiv, wenn Goethe im Gedicht, Daß über Schillers Schädel resoniert, Darüber resoniert, wie er über Schillers Schädel resoniert. Was kann der Mensch im Leben mehr gewinnen, Als daß sich Gott Natur ihm offenbare? Etwa indem die Betrachtung des Schädels Erkenntnis über die Natur als solche offenbart? Wie sie das Feste läßt zu Geist verrinnen, Wie sie das Geisterzeugte fest bewahre! Die Natur sei also in der Lage, Das Feste, Den Schädel, Mit flexiblem Geist zu beleben, Um diesen gleichzeitig im Schädel Sicher eingeschlossen zu schützen, Aber auch darüber hinaus, Das Geisterzeugte unsterblich zu machen. Wenn man nur wüßte, Wessen Schädel Goethe da tatsächlich mit diesen Terzinen besungen hat, Und das Gesicht Goethes, Wenn er es erfahren hätte. Wenn man nur in der vergangenheit ready will, Und das ist die Materie aber auch nicht bereit. Ja, das ist die Materie aber gleich noch keine Chance. Was ist das für ein Germaner? Und das ist die Materie aber nicht etwas passiert. Also wenn man an das Gefühl aqui ist, Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.